hallo und herzlich willkommen bei koch mal schnell heute zeige ich euch meine indonesischen satay spieße mit erdnusssoße super lecker schönes rezept zum grillen oder eben auch um es in der pfanne zu machen wenn es euch gefällt gebt mir einen daumen hoch und vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren schaut euch an ich hoffe es gefällt euch alles was ich für meine indonesischen satay spieße brauche habe ich hier bereit gelegt ihr seht hier wieder eine kleine aufteilung auf der linken seite von euch aus habe ich erstmal alles zusammen gestellt was ich für die satay soße für die erdnusssoße brauche und zwar fangen wir an hier mit erdnussbutter die ich dazu verwende dazu kommen noch erdnüsse hier gesalzene deswegen gibt es auch bei mir kein salz mehr dazu wenn ihr das nicht mögt versucht ihr ungesalzene zu bekommen oder was die hier ab aber das geht auch gut dazu brauchen wir dann außerdem hier hühnerbrühe je nachdem welche konsistenz wir mögen gießen wir die dazu zu unserer soße ich habe eine gemüsezwiebel hier vier knoblauch ziehen die noch dazu kommen außerdem brauchen wir für die soße zitronensaft wir brauchen ein bisschen erdnussöl zum anbraten gleich der zwiebel und knoblauch wir brauchen braunen zucker gut zwei esslöffel hier wir brauchen kokosnussmilch standard dose cremige kokosnussmilch und wir brauchen für ein bisschen schärfe für ein bisschen kick hier sambal rolek das ist für die soße die wir zunächst machen werden die wir vorbereiten werden und auf der rechten seite hier seht ihr das was wir für die eigentlichen spieße brauchen wir brauchen hühnerbrustfilet das hier vier stück das sind so gut 800 gramm habe ich ausgewogen dann brauchen wir spieße holzspieße wenn ihr es auf dem grill machen wollt was natürlich super gut geht dann bitte vorher wässern die spieße und wir brauchen zum anbraten der spieße die wir gleich danach vorbereiten werden so ein bisschen erdnussöl noch mal und das war es eigentlich auch schon und da können wir mit den vorbereitungen loslegen so ich habe zwischendurch die zwiebel schon mal klein geschnitten die muss nicht so wahnsinnig klein sein die pürieren wir sowieso nachher und knoblauch auch schon mal so in grobe stücke geschnitten vorher gepellt und dann so ein bisschen zerdrückt und geschnitten und wir fangen jetzt zunächst mal an und braten die zwiebel an hier geben also das öl in die pfanne und lassen das erst mal heiß werden sondern gehen wir die zwiebeln dazu so wenn die zwiebeln also ein bisschen farbe angenommen haben und dann gehen wir auch unseren knoblauch dazu nicht so lang wie immer ihr wisst das knoblauch wird sonst schwarz also nur so lange bis er anfängt zu duften und dann machen wir weiter so vorsichtig hier sind ich ganz schwarz wird und jetzt geben wir auch schon unsere kokosmilch dazu so soll das sein so lassen wir es ein bisschen aufköcheln so jetzt geben wir unsere erdnussbutter dazu sich jetzt auflösen soll und wenn die erdnussbutter sich hier so langsam aufgelöst hat dann gehen wir auch unsere erdnüsse noch dazu schön weiter rühren unseren zitronensaft und den braunen zucker und auch schon jetzt hier sammer oleg so wie gesagt aufpassen jetzt dass das nicht über kocht das und heiß seine sich auflösen aber nicht mehr richtig kochen ja das reicht auch schon hier ich gebe jetzt mal ein bisschen hühnerbrühe dazu und wenn wir gleich erstmal vorsichtig pürieren so und jetzt vorsichtig ich habe extra keinen so hohen topf genommen damit man besser reingucken kann zum filmen normalerweise würde ich einen höheren topf nehmen also vorsicht dass solches heiß jetzt beim pürieren hier immer schön zusehen dass die pürierfläche unten bleibt vorsichtig so dass sie gut aus und ihr seht aber schon jetzt hier die soße ist jetzt sehr sehr dick und dafür eben die hühnerbrühe jetzt müsst ihr selber entscheiden welche konsistenz wollt ihr haben ich denke sie ist ein bisschen sehr dick also vor allem wenn sie kalt wird falls ihr sie erst am nächsten tag verwenden wollt wird sie noch mal deutlich steifer ich gebe jetzt noch mal hühnerbrühe hinzu so bis sie die richtige konsistenz hat wie ich sie gerne hätte so ich glaube das ist ganz gut so und jetzt können wir unsere soße unsere erdnussauce erstmal ein bisschen kalt werden lassen denn dann wollen wir gleich die spieße einlegen und dann können wir als nächstes jetzt die spieße vorbereiten so als nächstes bereiten wir unsere spieße vor und dann nehme ich jetzt die hühnerbrühe die ist natürlich viel zu dick hier um die einmal längst zu schneiden deswegen mache ich jetzt wie üblich einen schnitt erstmal längs damit wir eine dünnere fleischscheibe bekommen so dass wir also mindestens zwei haben die könnte man fast noch mal schneiden hier ein bisschen dünner und jetzt schneide ich das fleisch einfach in streifen so wie ich es auf den spießen haben möchte spieße jetzt das fleisch immer so in spiralen auf ist das spirale naja in wellen so je nachdem wie viel ich auf einen spieß bekomme wie gesagt denkt dran ich mache es jetzt gleich für euch in der pfanne wenn es auf dem grill machen wollt bitte vorher die spieße einweichen damit euch die nicht verbrennen auf dem grill und dann mache ich einen spieß eben voll so viel wie ich möchte wieviel da drauf sein soll ja und so sehen die dann aus das ist so ein typischer satie spieß mehr brauchen wir nicht und dann gebe ich den meine form hier und dann schauen wir mal dass wir alle so jetzt bearbeiten alles fertig gespießt ich habe jetzt hier 15 spieße gekriegt so von dieser größe das hängt natürlich davon ab wie dick ihr eure spieße bestückt also wenn ihr die in indonesien esst oder in thailand da sind die deutlich schmaler bestückt das tut der sache aber keinen abbruch sie schmecken trotzdem super lecker müsst ihr unbedingt probieren falls ihr mal in die länder kommt also heute machen wir sie selber 15 stück habe ich jetzt hier geschafft und meine erdnusssoße ist jetzt ein bisschen abgekühlt ihr seht schon wie ich vorhin schon gesagt habe die ist jetzt schon ein bisschen dicker geworden ihr seht also hier die hat schon sehr cremige konsistenz jetzt eventuell am nächsten tag noch mal mit einem schluck hühner brühe verdünnen aber für uns ist jetzt genau richtig und jetzt mariniere ich sozusagen meine hühner spieße hier meine satie spieße in meiner eigenen soße und dann sollen die noch so ein bisschen durchziehen das ganze gebe ich dann noch mal so eine gute stunde dann in den kühlschrank damit der geschmack aus der satie soße deswegen brauchen wir auch hier so viel aus der soße jetzt in die hühner spießchen hier zieht so und jetzt geht es für eine stunde im kühlschrank und dann sehen wir uns an der pfanne wieder bis gleich meine hühner spieße haben jetzt eine gute stunde im kühlschrank mariniert und jetzt legen wir los jetzt können wir die hühner spieße braten da brauchen wir nicht so eine hohe temperatur denn wir haben jetzt ja die spieße eingelegt und da muss man ein bisschen aufpassen dass sie nicht verbrennen so fertig meine satie spieße mit erdnusssoße ich serviere sie heute mit meinem super leckeren thailändischen gurkensalat weil es genau zum wetter passt heiß draußen super erfrischend der gurkensalat und die satie spieße ich habe sie schon probiert super lecker das fleisch ist noch ganz zart erdnuss etwas süßlich passt traumhaft zum fleisch zum geflügel und auch die kombination mit samba oleg wirklich toll nicht scharf sondern wirklich sehr sehr mild also für alle die nicht scharf essen wollen ganz perfekt ja ich denke meine satie spieße mit erdnusssoße hat geklappt was euch gefallen hat gebt mir einen daumen hoch und abonniert gerne meinen kanal und ansonsten bis demnächst bei koch mal schnell